Hey Leute, bei dieser Aufgabe müsst ihr mit einem Mechanik-Schockwellenbogen Wildtiere in zwei verschiedenen Matches wegschleudern. Das bedeutet, ihr dürft sie nicht töten und das wäre auch mein kleiner Tipp an der Stelle. Schießt nicht direkt auf das Tier, sondern so ein Stück weit daneben. Es kann durchaus mal sein, dass ihr schießt und die Schockwelle trifft das Tier nicht, dann schießt ihr einfach nochmal. Das ist kein Problem und dann quittet die Runde, geht wieder neu rein, sucht euch wieder einen Bogen, so wie ich das hier getan habe, schießt vor das Tier und dann habt ihr die Mission auch erfüllt. Weiterhin viel Spaß, ciao!